Level 41, ja, ich habe Leute gesehen, also ich habe auch gelesen, dass schon welche 100 haben, ja, aber ich habe schon mit Leuten gespielt, die haben über 90. Und da hat so einer im Chat geschrieben, ja, Respekt und so, und da habe ich geschrieben, ey, kauf dir mal ein Leben. Ja, ich wollte dir definitiv kein Leben mehr. Da hatten wir doch keinen Respekt. Äh, ich nicht. Da weiß ich nur, die haben kein Leben, die Menschen. Mir richtig leid. So wie der eine, der auf Gamestar irgendwie, haben die den erwähnt, der hat Level 100 geschafft, in einer Woche, irgendwie, seit es draußen ist. Und der hat jeden Tag ungefähr 13 Stunden gespielt oder so, aber ich glaube, der hat länger gespielt. 72. Ja, das ist, sag doch. Ich spiele nichts anderes. Das ist toll, wenn ich nichts verpasst habe. Nö, hast nichts verpasst. Sag ich mal selber, nur, dass ein anderes Level da steht. Gut, ich habe ein paar neue Skins und so, weil ich wieder ein paar Lootboxen habe, aber... Oh, ich habe bei uns schon wieder das Blitzen an. Äh... Ich habe das Gefühl, ähm, jetzt die Woche, wo du weg warst und ich ein bisschen gezockt habe, die Gruppen werden irgendwie immer schlimmer. Diese random Gruppen. Ja. So schlimm? Ja. Ja, mir ist jetzt aufgefallen, ich glaube, da hätte jetzt automatisch keiner einen Healer gewählt. Ja, zum Beispiel. Das ist eins von den Sachen. Ich muss sagen, ich hatte vorhin eine Gruppe, da hat jeder gesagt, ich habe Mercy genommen. Und jeder hat gesagt, oh mein Gott, ich nehme auch Mercy, wenn es sein muss, du kannst was anderes nehmen. Oh, voll nett halt. Ja, bei mir waren fast nur Kackgruppen die ganze Woche. Flame und alle sind ja scheiße und Ragequid. Genauso heute habe ich gestreamt. Und da ist die ganze Gruppe raus. Ich war der Einzige noch. Und das andere Team ist geblieben. Voll witzig. Ja. Nur halt, weil die halt verloren haben, ja. Pass auf, kann sein, dass sie gleich über rechts hier in die Tür reinkommen. Ja. Das ist so eine neue Taktik. Aber was heißt eine neue Taktik? Sei ich die beste Taktik. Aber das machen jetzt viele. Ah ja, und Gamestar hat jetzt mal einen Test dazu. Ich bin hinter uns. Ja, Overwatch gemacht und die haben ja auch gesagt, dass das kacke ist, dass immer so Kills Highlights sind. Ja. Weil das halt, das unterstützt, ne, dass die Leute halt so killgeil rumlaufen. Sollte ihr werden, dann habe ich auch irgendwas gelesen. Ey, die wollen, die nerfen McCree mit dem nächsten Update, mit dem ersten Update. Das war's, das ist voller Scherz. Die Widowmaker ist so viel schlimmer. Ey, die muss genervt werden. Zum Beispiel, da gibt's noch mehr. Die Maze ist auch extrem stark. Ja, ich hab heute wieder den McCree gespielt. Und die beschweren sich halt alle, dass der blenden kann und dann halt mit der, mit rechtsklick die komplett kaputt machen kann. Aber das klappt halt auch nur teilweise. Nur, äh, ja, bei den ganz, ähm, wie soll ich sagen, bei diesen Squishy-Leak-Klassen, wie Genji und so. Ja. Also, hallo. Ja, hallo. Es ist Beispiel heute, das habe ich sogar auf dem Stream, kannst du wieder so angucken, habe ich von der Widowmaker aufs Maul gekommen. Obwohl ich die geblendet habe. Ja, die Widowmaker die ist ja. Ja, okay. Ja. Fernkampf extrem stark, Nahkampf mit dem MG. Die war geblendet, ich habe meine Salbe drauf, komplett. Die hat überlebt mit einem Millimeter, hat mich dann plattgemacht mit diesem Sturmgewehr. Ja, aber McCree nerven. Oder Bastion halt, muss auch genervt werden. Diese, diese Feuerrader halt von seinem Geschwitz. Oh wow. Und D.Va wollen die stärker machen, vom Damage. Oh, vom Damage ja, ja. Genji hat mich plattgemacht. Auf dem Weg zu euch. Oh my fucking god. Oh my fucking god. Hinter euch. Der Genji. Wieder. Ja. Der hat mich die ganze Zeit, der ist die ganze Zeit mir schon hinterher gejumpft. So, wie so ein Häschen auf Speed, ey. Der nervt mit seinem scheiß Schrieken. Boah, heute eine Runde mit dem Zwerg habe ich voll gerockt. War halt Glück, ne, weil das Geschwitz halt alles plattgemacht hat. Voll die Goldmedaillen abgesagt. Natürlich kein Highlight. Also. Highlight hat wieder irgendein komischer Handschel oder sowas. Ulti ist übrigens bereit. Geh ich schon mal auf. Wenn sie uns hier reinjumpen. Da ist sie perfekt dann. Ja. Genji kommt da von links. Na, jetzt gehen die alle in die Höhle. Oh, hinter uns. Ah, fangen wir. Boah, ist der Genji nervig von oben. In den Sternen geschehen. Aber alles wird sein Preis. Jetzt wird sie eine Weile aufhalten. Auf der linken Seite ist irgendwas. Vorbeigehuscht. Genji. Genji. Es hat geblitzt. Es hat geblitzt. Ah. Ich fühl mich so gut ab. He he. Tacke. Was aber auch keiner die Video Maker tötet. Das ist auch sowas. Das ist mittlerweile auch zur Gewohnheit geworden. Von diesen random Gruppen. Die lassen die Scharfschützen einfach hinten stehen. Die ganze Runde. Lassen sich halt töten. Und ja. Erstmal die halt trotzdem stehen. Das ist doch Spaß. Dann. Dann beschweren sie sich. Die Video Maker stehen immer noch da hinten an der selben Stelle. Du hast ja gemerkt. Ich fange langsam das Hinschießen an. Als Healer. Als Healer. Als Healer. Als Healer. Das musst du nicht. Ich habe gelesen. Viele beschweren sich über die Mercy. Die ist zu stark in der Pistole. Ich finde eigentlich es geht. Macht's auch gut Schaden mit der Pistole. Ja. Und einer hat so geschrieben. Irgendwie. In dem Forum. Die Heiler sollen die Waffen komplett weggenommen. Ja. Ja. Heiler muss ich aber wehren. Der normale Mensch. Oh. Hier. Da ist irgendwie. Das Schweine. Oh. Ich weiß gar nicht was ich alles zuerst heilen soll. Oh. Die Widowmaker. Sag ich ja. Die steht fröhlich da hinten. Keiner kümmert sich um die. Ich bin da. Sonst ist keiner da. Ich bin auf dem Weg. Weißt du was ich mache immer? Äh. Ok. Ich sterbe. Ey. Wenn nur noch ein oder zwei auf dem Punkt sind. Dann gehe ich immer als Eisblock. Auf dem Punkt. Damit er halt noch umkämpft ist. Oh ja. Das ist immer ganz gut um Zeit zu geben. Das ist immer safe. Ich bin gleich wieder bei euch. Ja. Ich habe die ganze Zeit. Drei, vier Tage. Verbindungsprobleme bei Overwatch. Immer dieses Icon da links. Mit einem Blitz. Oh ja. Das ist ja los. Oh ja. Ich weiß gar nicht. Das wäre vom Stream. Aber das ist auch außerhalb vom Stream. Ja. Das habe ich immer auch ab und zu schon gehabt. Ja. Ach. Hast du gelesen? Die haben schon Cheater gebannt. Ne? Ja. Habe ich schon gefeiert. Ja. Gehört sich nicht anders. Ach. Ich habe letztes Mal zu dir gesagt, die Mauer war irgendwie anders gesetzt. Das ist wenn du nochmal E drückst, dann dreh die sich. Äh. Cool. Ja. Ja. Irgendwie konnte ich die umstellen. Ich glaube eh was. Oder irgendwas habe ich da gebrückt. Ja. Dann kannst du die längs oder so halt clear hinstellen. Ja. Ich bin kein Reise. Ich bin kein Reise. Oh Gott. Ich hab die ganze Gudeo aber. Ja. Pharao und Gudeo. Ich bin kein Reise da oben. Yes. Ohh. Der Moment blitzt natürlich. Und ich erschreck mich voll. Und schau nach oben. Ja, beruhig dich. Ich hör dich auch donnern. lasagne verstand lasagne lasagne von der seite ja da ist auch ganz schön stark wenn man auch gut kills also auch in anderen runden schon gespielt habe und abgesagt ja reinhard ich kann dich nicht heilen wir können es mal probieren jetzt ist sie wieder oben, guck mal die ist gleich tot ah heute mit dem zwerg ne als ich so abgegangen bin war auch so geil ich habe 5 rüstungsteile in die mitte geschmissen denkst du einer hätte das mal eingesammelt sind alle dran vorbei gelaufen von meinem team voll unverschämt aber dann halt flame wenn man verliert oh tracer ist unten oh jetzt ist die rechts unten wieder lecker neue taktik dann reinhaltspreise jetzt aber die Maze so geil die Maze OP ja haben wir noch mal gespielt die Maze 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 Oh Gott! Hast du überlebt? Ja, Rainer ist das Schild vor mich geworden, ey. Ich hab voll Glück gehabt. Meine Nase juckt. Boah, ey, die letzten zwei Tage hatte ich so krass Heuschnuff. Ich hab gedacht, ich sterben, ich musste noch Rasen mähen. Das war die Hölle, meine Augen waren knallrot. Ich war einkaufen, da haben wir jemanden getroffen, den wir kennen halt aus dem Filetsstudio. Hat auch gesagt, was ist mit dir los? Ja, da hört man dann so Sprüche aus die Nacht durchgemacht oder nehme ich Drogen. Ja, wow. Haben eigentlich gewonnen, ja. Ja sicher. Die Frage ist voll abwäst. Uh. Ehefisch. Upa! Jetzt kriegt man wieder den Freunde-Bonus, den Kuppen-Bonus. Hey. Ah! Ich hab, ach, das hab ich ja glaub ich schon erzählt, ich hab ja auch diesen Skin bekommen, den der Kunkel hat, ne. Von diesem Junkrat. Den, den, nee, das hast du noch nicht erzählt. Heuschpille, Heuschrecken. Heuschrecken, ich hab ja auch an Heuschrecken irgendwas gedacht. Strohpuppe, nein, du siehst du das. Aber ich find den irgendwie kacke, ich hätt lieber gern diesen Hofner da gehabt mit der Glocke und so. Der sieht richtig geil aus. Ja. Angriff. 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 Keiner will bestimmt nen Tank nehmen, wie immer. Wird ich wieder machen. Der Gerechtigkeit wird der Lüge getan werden. Moitame! Ist zu fein! Sorry, ich musste erst den Bildschirm mit, mit, mit Hearthstone kaputt schießen. Warte? Okay. Äh. Äh. Hey, ich wollt grad lesen, was da draufsteht. Peanutbutter. Hallo. 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 Der Spruch ist geil vom Reinhard. He. Ist zu feige zum Kämpfer? Das ist doch, äh, Baden Hürdenberg. Schwäbisch. Bist du feige zum Kämpfer? Ja. Cool. Wir können das Spray mit dem Kind. Das hab ich auch. Das ist cool. Ach so. Oh Gott. Geht direkt rechts ins Haus. Wenn ihr's schafft. Ich war ja durch die Mitte gegangen. Von hinter dir. Ah. Ah. Der Kaputze. Dann kaputt. Oh. Junkred und... Was ist das denn auch? Irgendjemand auf dem Balkon da hinten. Ah. Hanso. Die Hanswurst. Guck mal. Die Linke wären jetzt ein paar noch mitgegangen links rum, da hätten wir direkt überraschen können. Ja, ich war mit auf dem links, aber dann waren da zu viele. Absprung. Die anderen waren lieber durch die Mitte. Die Mitte. Jaha. Voll neues. Das Problem ist halt, wenn du einmal nach links gegangen bist, dann stellen die sich jetzt auch einen in die Schlossen. Ah, guck ich probier's nochmal. Mal. Einer war jetzt auf Spot. Oh mein Gott. 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 Oh. Ein alterer Eppler. Ist der beweis? Geschmolzener Körnn. Wie ich einfach alle Schüsse vom Geschütz abgewehrt hab' eben. Im Schild. Ich bin gleich auf dem Spot, bin komplett außen rum gelaufen, habe ich bemerkt, obwohl ich voll fett und groß bin. Guck mal, drei Leute weggerotzt. Ich war leider tot. Ja, das ist... Das Team pennt mal wieder, wie so oft. Oh, wenn mich Hanzo tötet, kann ich nicht weiter reingehen zum... Aber das checken die nicht. Der Soldier ist jetzt mal drauf gekommen, über die Seite zu gehen. Was? Reaktion, please, man. Reakte du mal. Geh mal über die Seite, du Flamer. Flamer, Flamer. Mein Ultimate ist... Geh jetzt auf dem Spot und mach, Erdbeben. Ich kann irgendwann nicht mehr mehr machen. Juhu, von hinten. Ich hab'n Hanzo mitgebracht. Oh Gott. Wo, wo ist er? Wo ist mein Spielzeug? Wo ist mein Spielzeug? Ja. Scheiße. Da. Boah. Das war geil. Ich hoffe, die pushen jetzt, ey. Ich bin doch voll rein, wie so eine Dampframmer. Jetzt gibt es eine Akkühlung. Drei, drei Leute wieder weggebotzt. Weil ich das mir nicht gewusst hab. Ich bin zurück und bereit für mehr. Ah, Eliminierung, Gold als Tank. Ich hab'n Teleporter. Was? Da weiß man ja Bescheid über's Team, ne? Ja. Hat die jetzt echt diese Zahl ja genommen? Oder der? Ja. Zwei Tanks. Das ist eigentlich voll easy. Guck mal, die sind alle auf einem Haufen. Wenn jetzt einer mal ne Ultimate irgendwie da rein machen wird. Alter, ich bin voll erschrocken. Weil irgendjemand mich, mich, mich gefollowed hat hier. Auf, auf. Ja. 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 Das ist nicht so für dich, alter Mann. Ja. Das ist Stickman. Ach, steck ich aber. Wir schreiben da Flatsch. Flatsch. Ja, der hat mich anstatt Flash immer Flatsch genannt. Den Armer. Ein guter Junge. Aus Hessen. Wow, wow, wow. Eine alten Bros aus Hessen. Gott. Hier kommen die alten Zeiten wieder hoch. Stick in the dick. Stickman heißt er. In-game hab ich noch immer. Stick in the dick. So. Keine Sorge, Freunde. Gleich regnet's Reinhard von oben. Bin schon wieder durchgekommen über die Seite. Und die peilen das kein bisschen. Wenn das mal mehr... Aua. Scheiße. Todesstrahl. Naja, jetzt haben die geschnallt das Stadion. Scheiße. Ich hab kacke. Wir schmolzen noch. Auf die Fresse. Und da geht er down. Und da gehen sie alle down. Guck, guck, guck. Noch ein Kill. Noch ein Kill. Wie sagt Kunkel, ey. Ich carry das Spiel voll. Was ist los hier? Ey, aber jetzt brauch ich Heilung. Ich hab nur so zwei kleine Striche. Schnell kommt, kommt. Ich bin die letzte Hoffnung. Ich bin tot. Ich glaub das war's, oder? Ja, aber ich bin grad mit Star Wars gefühlt. Ja, war keiner mehr. Ich hab die letzte Hoffnung. Ach, ja. Ja. Die hatten keinen Tank, oder? Ja, die hatten keinen Tank. Ich seh nicht keinen Tank. Noch dazu, voll. Ey, das war schon eben am Ende oder so. Ja, das Dicke in der Dicke hat grad geschrien müssen. Na, wie war's aufschneiden? Da hat er recht. Lübeck, wo ist denn Lübeck? Ist nach Lübeck gezogen. Weißt du wo Lübeck ist? Ich bin voll der Nut bei so weit. Ja, das Erdkunde noch sexy oder so. Ja, oben. Neuschland irgendwo oben. Oben? Aber ich wohne ja jetzt auch oben in der Nähe von Hannover. Vielleicht bist du zu weit oben. Also oben oben. 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 Werner hat dem Flamer einen Upvote gegeben. Toll. Das war er selbst wahrscheinlich. Oder hat er mehr als einen gehabt? Ne, er hat gar keinen bekommen. Achso. Ja, ist doch klar. Er ist eine richtig arme Socke. Die Flamen. Ich hab auch einmal geflamed und hab eigentlich voll gut gespielt und so. Hab dann auch keinen bekommen. Deswegen sag ich auch nichts mehr. Ja, wohl. Ist eigentlich scheißegal, ob die mir so ein Ding nach oben gehen. Richtung Ostsee. Also doch in der Nähe von mir. Sag ich doch. Oben. Äh? Warum ist das so ein Stern? Hä? Stern? Stern? Siehst du den Stern bei dem einen Spieler? Den Fox? Ja, stimmt. Wo war der Stern? Hä? Ist der Admin oder so? Hallo? Lass das einmal schon 100 gewesen sein. Der ist 116 gefühlt. Echt? Stimmt. Es könnte passen. Es könnte passen. Freak. Kauf dir Leben. Soll ich mal flamen direkt? Ja. Aber mit Leben, dass du dann wirklich, ja, dein Abwort bekommst. Ey, wie kann man denn schon über... Wie kann man überhaupt schon 100 sein? Ey, ohne Scheiß. Ich meine, ich zock schon viel, ja. Aber so viel... Überleg doch mal, auch mit Gruppenbonus. Das dauert so lange. 41 war schon voll die Arbeit. Da so hinzukommen. Ich habe wirklich einen Menschen am anderen gerissen. Ohne Gruppenbonus. Mit Gruppenbonus wäre ich vielleicht auf 50 oder so. Ja, nur mit Gruppenbonus gespielt. Ja, aber... 116... Nein. Habe ich zuhause gesagt. Nein. Nein. Computer sagt nein. Start. Oh, Stanky. Wir haben keinen Zwerg. Das ist schlecht. Zwerg ist immer gut. Why? Sybetra, Zwerg und Mayna seien schon fast gewonnen. Vor allem, wenn du halt dabei... Auf der sicheren Seite. Ja, vor allem, wenn du bei der Maps, habe ich ja schon mal erzählt, direkt ins Gebüsch da das Geschütz reinmachst. Das sieht man kaum. Und dann laufen die raus und bringen das voll in den Arsch. Hast du ja schon mal gemacht? Ja. Also es hat einer mal bei mir gemacht. Und das sind alle verreckt. Deswegen habe ich mir das abgeguckt. Aber wir haben ja keinen Zwerg. Aber ich mache ja erstmal eine Mauer von dem Tier. Vier. Drei. Zwei. Angreifer. Mehr. Gibt uns ein bisschen Zeit. Reiner, der wird gleich anstürmen wahrscheinlich. Aua! Was kommt denn da von der Seite? Aua! Oh, Ferra. Der Ferrari. Als Mercy. 600 verursachter Schaden. Goldmedaille. GG. Ja, nice. Ich habe Heil und Gold. Was ist los? Ja, richtig. Aber jetzt kommt denn der Hailey. Die holest mir gleich wieder. Boah, der hat eine gute Kombi. Ferra und dann auch der Junkrat. Ein bisschen reingehauen. Aua! Er kommt, Leute. Ey, die Damage-Dealer hier. Ich habe den abgetrennt von der Gruppe mit der Mauer. Die machen nichts drauf. Boah. Ich höre die Bums. Scheiße, ich muss noch mal fahren. Na 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 na. Ich bin wieder in meinem Block, meinem vierten Haus. Ach, was der Kunkel gesagt hat, ist übrigens Bullshit. Von wegen, man kann jede Klasse mit Headshot und einfrieren kalt machen mit Mei. es war falsch tanks kann zum headshot geben wenn sie eingefroren sind die überleben trotzdem wir haben über uns das gefällt mir gar nicht ja aber irgendwie machen die halt nicht ich meine wir haben so soll schon immer nicht gute klassen dagegen ja als maul vip im auto schmeißen bombe schwert sich ja das ist der bundeswehr skin von reinhard ja den habe ich auch bekommen übrigens ich hätte lieber den anderen box gehabt diesen löwenherz so schießt das denn keiner ab von den leuten haben sie noch nicht so ja kein problem ich habe die einen schon größtenteils nicht schiebt aber wir sind wieder bei euch hinter uns jetzt gemacht schon mit senorita der heiler von dem ist ganz schön gut lebt die dauernd die hat jetzt echt ein ulti an mich verschwendet als ich ins haus gerannt bin wie blöd muss man sein anstatt auf die ganze gruppe von uns zu schießen verschwinde scheiß motto fliegt mir voll ins gesicht ich hasse was wenn so ein flieger und ein motto oder sowas Aua jetzt hab ich noch die wand geschlagen Entschuldigung vor allem die scheiß motto lebt noch ja was soll ich denn tun Mensch ach schweiß jetzt meine ulti mir reicht's ich geh mir auf den Sack ich wollte mir aufheben aber ihr wollt's ja unbedingt so was? ich hab mich denn getötet jetzt Junktriss wir sind am gewinnen verteidigen den ersten Putschut voll gut was will er denn? mal selber heilen mit seinem stern weil er den nervt hat auch Reinhard hat nicht voll gepackt nur weil ich den nicht sofort ähm voll gerätzt hab oder was? der war der war der ist so bescheuert der macht einmal so einen blöden ulti in der der war das war das war oh das war so ein lucky shot in der ja episch schön dass meine Arbeit geschickt wird ja aber er ist flamen kacke ja ja aber er ist flamen kacke ja na 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 der ist schon mal lustig kriegst ein sternchen mit smiley von dem Ben Fox so was nehmen wir denn? bei freundschaftsanfrage geschenken ha 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 oh spiel mal jemand anderes tank find ich gut ich will ja gehen mal tracer spielen aber der wird mir schwindelig machen sie sich bereit zum anderen oh doppel healer team nice hm wir haben aber das ist aber keine gute zusammenstellung weil kein genji oder irgendwie was haben was schnell hinter die kommen kann keine tracer kein genji ich bin der einzige aber ja ja obwohl der soldier der kann gut pushen und mit soldier? wenn er spielen kann ja dann kann er das du mordetek mordetek soldier weil den kann ich ja boosten ich bin ein hocheffizienter Psychopath hör mal mein Spruch der ist auch neu hab ich auch bekommen ich bin kein Psychopath ich bin ein hocheffizienter Psychopath ach für den McCree hab ich auch zwei Emotes bekommen voll cool fuchtel der so mit seiner Waffe rum bei dem einen macht so Tricks damit ich glaub wenn der genervt spielt den keiner mehr der ist jetzt schon schwer ich mein klar man kann coole Sachen mit dem machen aber auch die ultimate finde ich trifft voll selten weil du musst sie halt aufladen überall muss der Totenkopf sein damit das wirklich was bringt bis dann bist du tot meistens also ich merke mal wo go go Power Rangers ich muss wuuh geh mal durchsaus geh mal durchsaus im Haus ist ein soldier ja ist schon mal schlecht für mich schon mal schlecht für mich oh goddammit oh ich bin gleich tot Manni ich hab die Selbstschutzanlagen die ganze Zeit kaputt gemacht ja hab ich eben auch zwei Stücke das was wir grad machen ist ziemlich kacke irgendwie wir gehen die ganze Zeit in die Mitte aber kommen kaum vorwärts wir sind echt über die Seite irgendwie und tschüss ich brauche mich rüber ich rief's raus ich steck mich hinterm Auto geil boah ich glaube super Ah, jetzt könnt ihr pushen. Zwei Leute sind zurück zu mir. Gott, das ist... Ach komm, drei Leute sind zu mir zurück. Also wenn jetzt kein Push kommt, dann... Das ist unser Tank. Jetzt wird's massiv. Ah, das ist doch scheiße, ey. Vorsicht Leute! Das bringt auch nichts, was wir hier machen. Warte, das ist so ein bisschen... Ja, wir brauchen halt, wie ich schon gesagt habe, jemanden, der so hinten rein... ...flutschen kann. Okay, das wird scheiße. Ach, jetzt hat mich jemand geschützt. Ach, Besschen, oh... Ach, Besschen, oh... Ah, scheiße, aber hab ich jetzt ihn geportet. Das ist so kacke mit dem Anvisieren. Ich hab einen Teleporter von denen gefunden. Keiner mit auch, oh mein Gott. Das ist doch scheiße. Jetzt hab ich die so weit zurückgezogen und dann... ...pusht runter, wo wieder keiner. Das fackt mich grad voll ab. Nein. Versuchen wir das noch mal. Wieder durch die Mitte. Wird genauso enden, wie die dreimal davor. Ja komm, Reinhard, geh Gummi. Lauf! Das sind die ganzen Anlagen. Der Reinhard ist schon so ein bisschen... ...ich weiß nicht. Mein Ulti ist bereit. Achtung. Ah ne, toll. War mir klar. Besschen, ein Schuss. Ich bin natürlich tot mit seiner scheiße Ulti. Bip, biep, 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 ich bin Spasti. Und mach alles mit One-Shot. Oh mein Gott. Warum pusht denn keiner von denen da unten? Warum pusht denn keiner von denen da unten? Scheiße. Wurde ich denn gemoved hier? Scheiße. Warum das jetzt? I don't know. I like to move it. I like to move it. Ah. User disconnected from your channel. Voll. Voller Held. Hat uns voll aus dem Spiel rausgebracht, ey. Er hat's ja vielleicht nur lieb gemeint, aber... Ja. Komm. Haltet durch. Überlebt. Mein Uli ist bereit. Ich port mich rein und dann gibt's fette Party. War bis gerade auf den Punkt von uns. Ich bin gestorben. Please, do it. Do it. Ich brenne. Ich brenne. Ich brenne. Ich brenne. Ich brenne. Go, go, go. Power Rangers. Ich wollte es noch schaffen. Ich wollte es noch schaffen. Eskortieren Sie die Facht zu Ihrem Ziel. Ich halte die schon zurück. Nein, ehrlich. Ja komm, lass es explodieren bei mir. Sehr gut. Oh. Helden sterben. Wärtswert. Ja, Rainer. Du musst das Auto pushen. Kein Scheißlein irgendwie. Was soll da? Ja, der hat das schon nicht so. Ja, irgendwie... Spiel das erste Mal. Aber kann schon flamen. Ah, Alter. Was geht denn? Ja. Schleißen halt. Not a heart. Was ist denn los? Ja, der ist jetzt tot, weil er sich halt betteln muss mit einem. Ja, der ist gut. Ein auf Kill machen muss. Ulti war jetzt schon ready, ey. Oh, der, äh, ist schon. Ach. Ulti. Da rein hat es ein dummer Spaß. Ja. Der hat schon wieder sein Ding an mich verschwendet. Sein Ding? Ey. Wer hat sein Ding an mir abgewischt? Was? Ich mein... Ich mein sein Rad. Ach komm. Ah, jetzt stirbt er schon wieder vor und macht Kills anstatt das Auto zu pushen. Voll der... Shipper ist. Voll der... Voll... Voll der Horst. Richtiger Horst. Ob Horst oder Reinhard. Ja Gott. Und Horst umbenennen. Ulti ist bereit. Ah, 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 ah. Vorsicht Leute! Da ist ein Geschick! Der ist schon von oben jetzt. Genau. Versuch mal hinter die zu kommen, weil mein Ulti ist bereit. Alter, der geht mir so aus. Er sagt mit. Falsch. Na, wo sind die denn alle? Ich mein, Uli benutzt will ich schön viele erwischen. Ah. Ja, komm. Schmeiß doch dein Reifen in mein Gesicht, ey. Gibt's noch? Stir, stir, stir. Ey, Mann. Ich hab Gold für Zielfortschritte übrigens wieder, ne? Also Rein hat seinen Job. Oh, der ist schnell wieder Akku. Oh. Der Rein hat es echt ein bisschen schlecht. Bist du uns gut? Noch 10 Sekunden. Ich meine nicht. Ich habe die Waffe. Der Rein hat das so gut gemacht, echt. Oh Gott, dieser Zwehag. Hm. Schmeiß nach Kern. Oh Gott. Ich hab mal unser Senior ein bisschen besser aufgepasst. Dann... Hm. Ist keiner mehr vorne. Das war's. Niederlage. Niederlage. Was hat der denn für einen Namen? Filzers Fritz? Filzers Fritz Filzers Fritz Hast du ne Box? Ja Ich hab auch ne Box Ohohohoho Ach so du suchst schon wieder Feuerwehr skin von der Mengen Oh episch Gold Gold Egal jetzt hab ich 840 Bald hab ich wieder 1000 Ich habe wirklich eiskalt diese Feuerwehr Was hast du? Feuerwehr-Skin von der Mei bekommen. Cool. Ich habe mir den Yeti-Skin geholt. Den blauen. Ja, ich habe jetzt gerade den in der Loop gehabt. Ah, verfluchte Heilschnupfen. Mann ey, meine Augen jucken wieder, meine Nase. Es ist so anstrengend so zu zocken. Verfluchte Polen. Polen. Das habe ich echt mal versprochen von Leuten. Ach, alles ist gut. Da war nämlich Polen dabei. Ja, deswegen war es ja bein. Ah, jetzt machen wir mal wieder das Fenster auf. Mei, soll ich wieder Mei nehmen? Nein, haben noch nicht gewählt. Da will ich eigentlich jetzt warten. Aber sonst würde ich wieder... Ich habe einen richtig mal mit der Diva gerockt. Ach, ich nehme jetzt Diva halt, don't give it damn. Soll mal jemand anders heilen? Soll. Richtig. Haben wir immer einen Arsch aufgerissen. Das ist dem. Jetzt nimmt er Symmetra. Dann denken die, das ist ja ein Supporter. Brauchen wir keinen richtigen Heiler. Wir sollten ein paar wichtige Daten während dieser Mission aufzeichnen. Percy hat in Verbindung mit mir warten, das ist halt mies. Ich habe noch nie mit Zenyatta. Ah doch. Kuckel hat mal so gespielt. Alter Schwede. Wie denn alle? Angreifer in 30 Sekunden erwartet. Oh. Danke. Ja. Das Stickman fragt gerade, wann ich Geburtstag habe. In drei Monaten. Ach Alter. Ja, weil ich als Donation-Zivil Geburtstagsgeschenk angegeben habe. Deswegen, das geht ja 107. Habe schon bis... 107 Tage geht das. Dein... 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 Mein Gott! Ja. Ey, ich war 33. Voll... Ja, voll die scheiß Zahl. Oh oh. So ne Schnapszahlen, aber voll hässlich. Wie war dies ja 22, also. Ja, ja, das geht ja noch. auch 20 Uhr zum St er ein hat erhält er in ganz gut warum geht ja einer hat da und da ist noch ein genji ein bisschen lästig ist gut kann ich sie alle gar schubsen willst du oh my fucking gott oh my fucking oh my fucking haben wir jetzt ein heiler hier oder fern ins werk Eiswand kommt zur fahrt ich wollte gerade sagen wo ist es ach so das war den hier Reinhardt hat er den gleichen Skin oder nee ich bin voll verguckt jetzt ich denke so ach Reinhardt ich bin so allein 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 ja ich glaube das wird nichts mehr mit A ja tschüss ja gut B ist eh leicht zu verteidigen Zielpunkt verloren neue Verteidigungsposition Zielpunkt B ich kann mal nicht das da boah die Motte greift schon wieder an verpess dich gebe ich hier ne Apacad was machen ich werde dich viel in der Hand nehmen äh wo ist denn oh my fucking gott ich brauche Hilfe 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 ich habe jetzt echt sein Ulti-Craft verbraucht ich habe was mitgebracht danke ich habe das in den Sieg oh Genji von euch ja den habe ich ja mitgebracht meine Ulti ist bereit ja auch wenn ich wieder meinen Mecher habe nein dieser Genji da geht mir ja someone leave was someone leave der will spielen ja toll oh someone someone leave sonst geht es noch ich brauche einen Wunsch langsam könnte man jemand den Genshinplatten machen da rechts oh Reinhard jetzt auch rechts kommt Reinhard ich habe einfach schon mal einen Mecher reingeworfen das ist immer ein bisschen wechseln mhm der Mecher hilft eigentlich immer was tja brauche nichts oh da war ich jetzt gerade dagegen also ausgegangen wir sind jetzt fast alle rechts ne weiss Genji drüber die Motte willst aber wissen ey ich habe jetzt aber die die lenkt mich auch voll ab hier scheiße ähh jetzt habe ich vor lauter Panik meine Ulti verbraucht verschwendet am Reinhard geschlagen mein Gott mein Gott mein Gott mein Gott mein Gott voll shit schon huge dishon musician Fenix. Der Name Fenix sagt mir irgendwas. Hatte ich nämlich heute schon ein paar Mal, dass ich heute mit Leuten aus meiner Freundesliste gespielt habe. Jetzt geht es eine Affiliate. Ich weiß doch nicht. Fenix sagt mir aus. Da war jetzt nichts, was mich vom Hocker gerissen hat. Ja. Ein Zielfortschritt, kill und hab Gold. Ich auch. Zeitfeld, Zielfortschritt, sieben Sekunden, Gold. Ich hab sechs Sekunden. Scheiße. Weiß ich, ob er vor mir ist. Ob wir das genauso hinkriegen? Da müsste einer auf jeden Fall Genji spielen. Weil der... gut gepusht. Oh, Genji. Schon dabei. Ach, ich hab keinen Bock auf Tank. Ah, du hast ja schon Tank. Könnt ja mal Tracer wieder probieren, aber boah, Tracer ist so anstrengend. Wollte grad sagen, es ist ziemlich anstrengend. Vor allem, wenn du halt müde bist, gechillt spielen willst, dann stirbst du bei Tracer. Zam Soon trabalho mich essen. Das ist Epilepsie. Epilepsisch anfangen... Lu, 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 Lu. Genau so. los geht, zirb Lass uns gemeinsam hoch reißen. Ey, ich wollte ein bisschen spielen... Kaputtmachen! Kaputtmachen! Da oben sind ganz viele Automaten noch zum Kaputtmachen. Ah, jetzt echt jemand? Ah, der hat gewechselt. Bei Mercy und Lucio. Wie reicht eigentlich? Magst du uns mitnehmen? Warte, warte. Ja, mach's gut. Stick in the dick. Wir sehen uns. Und hören uns. Und schreiben uns. Und zocken uns. Die pushen ganz schön weit nach vorne. Ich bin in der Gere. Höre es. Ich hab'n Kill. Ey, du bist zu weit weg. Warte. Turbo. Ich bin da, ich bin da. Wie ich halt alle weiter nach vorne pushen und weiter Kills machen wolle, obwohl wir schon zu dritt hier stehen. Okay. Die sind noch schlechter. Machen wir gleich mal Turbo, ne? Damit wir schnell nach vorne kommen. Wo bist du? Links. Mach jetzt gleich nen Super Move. ALAQUA! Ich bin schon durchgepusht. Bis zum Spot. Und die Tracer hat mich gedrückt. Ah, ich bin bei denen auf dem Spot. Ich hab' drei Gold bis jetzt mal. Das war ein Move, den ich gemacht hab. Ist ja krank. Du hast den Vermove gemacht? Ich bin halt einfach mal quer über die halbe Map. Bin bei denen drin gewesen. Und hab' die an der Nase herumgeführt und bin ein bisschen unten rumgejumpft. Jetzt sind wir alle drei hinterher. So. Werd' ich jetzt die ganze Zeit machen. Also das ist am meisten hassen im Spiel, bei so Gruppen, dass ich nur Supporter Zeiler bekomme. Wenn dann eben helfen können von denen. Ich hab' schon gedacht, die ziehen uns jetzt voll ab. Super gemacht. Ich hab' erstmal Capron gelesen. Angriff mit der D.Va auf der Map ist OP. Du kannst überall hinfliegen. Ja, Farah ist auch gut auf dem Weg. Wir auch. So wenig Heilung hatte ich auch nie. War zu schnell vorbei. Zwei Minuten war das ja ein Spiel. Hallo? Mal durchgesnackt. Mal durchgesnackt. Mal durchgesnackt. Mal durchgesnackt. Oh, Nepals. Naja, die Map ist so. Naja. Das ist die Map, die ich mir denk' das ist die erste Map, die ich jemals gespielt hab' in dem Game. Die hab' ich richtig gefeiert. Das erste geht ja noch aber das Zweite mit dieser Mitte da. Das ist ja nur Angriff. Ja. Wenn die andere Map kommen würde, ey, es ist... Ja, glaube ich Pharah nehmen soll. Ja, danke, toll, hat er eben gerade genommen, der Arsch. Ich habe keine Ahnung, was ich nehmen soll. Ein Schuss, ein Treffer. Werde ich mit mir allen Menschen in seinem Leben? Mal gucken, ob das eine gute Wahl war auf der Map. Keine Ahnung. Ja, doch. Ja, wie der spielen kann. Er hat es ja schon aufgenommen. Los geht das Spiel! Ach, das ist der. Aber weißt du, wir wären erst da bei diesem anderen, diesem Gitter außen rum da. Diesem Zaun. Direkt eine Tracer in meinem Arsch, natürlich. Wie, die haben zwei Tracer? Die haben drei Tracer, willst du mich verarschen? Das ist ja voll der Konter gegen mich. Kann ich ja gar nichts machen. Drei Tracer, wir sind scheiße, müssen drei gleiche Planen nehmen. Diva online! Boah, scheiße. Wollte ich mit dem Haken hochziehen und schmeiß erst mal eine Mine dahin, ey. Im Stream kann man gar nicht sagen. Der andere hat auch erst mal Diva genommen. Alter, ja sicher, Marsch. Der Tracer ist scheiße, echt. Der Tracer ist scheiße, echt. Und zwar zwei Divas. Was soll denn der Bullshit denken? Kann hier aber zwei Divas, GG. Du musst halt nur jemanden noch auf den Punkt pushen, vielleicht die andere Diva dann. Ich war gerade tot. Ist da überhaupt jemand in der Mitte? Da ist nur den hier Lucio. Ja, wirklich, jetzt ist da noch jemand. Oh Gott, ey. Ich kann nie die Widowmaker mal schön gemütlich spielen, weil ich dann immer zu irgendwas wechseln muss, was pushen muss. Das ist immer so. Wenn ich so eine Klasse mal ausprobieren würde, spielen die dann scheiße. Machen wir mal Sniper springen oder sowas. Ich hab was am Arsch gehabt, ey. Erstmal Rollhack an, mach. Drei Tracer. Ja, Mann, ich hab halt mit der Widowmaker null Chance gegen die Tracer. Hab ich ja nichts. Gut, einen hab ich weggeholt. Hab die Shot. Ne, war alles geil. Toll, die nächste töntet mich natürlich. Ist das scheiße. Farah ist eigentlich saugeil, um die von oben abzuknallen. Was macht der Farah Typ? Rett wahrscheinlich auf dem Boden rum. Ich hab mal einen geilen Spot hier zum Schießen. Irgendwo keine Tracer laufen können. Ja, kaum hab ich's gesagt, kaum wieder eine Tracer. Ich hab ja nichts, dass die jetzt gerade zu fünft auf mich los sind. Mann, die ist so OP. Wir haben keinen Heiler. Ach. Ganz heiler, Mann. Nicht genug. Komm jetzt mit Lucio. Party ab. Und da wird der Abg. So, sonst kommt der Zug. Komm jetzt beginnt man ja auf der Gose bewegen. Und das ist bei нев kijken. Kann Hauslochen. Komm jetzt sein. Ich habe hier �ся48 dieses Lagen laufen. Komm. Komm zu thisinet. Was ist das? Schau, 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 schau. Scheiße, Ganate abgekommen. Echt jetzt? So viel Leben von uns nimmt in den Punkt. Einfach viel zu... Bis zum nächsten Mal. Ich kann jetzt gleich mit meiner Ulti rein. Ja, dann rufen die. So war es das gleich. Die sind alle hinter der Säule, echt jetzt. Warum pusht denn keiner? Soll ich als Heiler pushen? Ja, einer schlau, wie zum Beispiel der Roadhog Typ oder so, wird er auf Reinhard wechseln. Den kannst du jetzt rein pushen. Und auch mit dem Schild die Stellung halten gegen die Tracer. Scheiße da. Ja. Und dann rum. Okay. Also... Jetzt wird's massiv. Jetzt wird's maßgeblich. Die pushen mich gerade hart zurück. Dieser Farrah-Typ von uns, anstatt er mal hochfliegt. Nee, der läuft jetzt auf dem Boden rum. Ja jetzt, Trommelfeuer. Nein! War doch noch auf dem Spot. Pfff. Voll. Überhaupt nicht Scraper, Teil Tracer. Voll Scheiße. Disconnected. Ich bin jetzt Disconnect, oder? Error. Alter! Alter! Yeah! Ja! Der Zielpunkt ist jetzt an. Geht ab! Geht ab! Ja! 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 Das nennt man wohl heißblütig! Ja! 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 Man, 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 man. du hast ja den Stream offen wenn du den Stream offen hast musst du mich ja hören dann kannst du mir doch gleich die Ausweich-TS-Daten mal geben Kack-TS-Daten rumschieben Kack-TS-Daten rumschieben du hast dich mit dem Stream du kannst du da sein Oh, oh, oh. Ahhhhhhhhhh Baaahn! Der TSG wird auf den Sack! Ja, ich gebe dir die Sätze von einem anderen. Maximal Klient erreicht, ja toll, dann wird man rausgekickt oder was? Ja, 3, 2, 2 Ey, das war jetzt gerade ein richtig geiles Game. Ja Vor allem habe ich hier eine Tracer runtergekickt von der Mitte. Ich auch! Das, das habe ich gemeint hier. Vor allem, wenn du halt eine Gruppe hast, die halt die ganze Zeit raus rennt. Wenn du hier raus rennst, dann ist meistens... Du hast ja voll die gute Deckung drin eigentlich. Ich gehe nur immer raus, um so wegzuschubsen, das kann ich nur sein. Das ist so... Du hast ja über die ganze Zeit rausgekickt! Ich hab das, um das vor allem her, die ja zufolgen, die wir gleich sein, dann sind alle Schraubend. Ganz... Ich weiße, ich habe meinen Schraubend. Und ich weiße, die halt nicht. Wie geht denn bei mir eigentlich vorhin ab? Ich hatte eine 10er Killstreak. War so mies! Ja! Und auch zweimal Gold. Silber, Bronze, Schraubend. Ich hab nur gesehen wie du in die Luft geflogen bist und dann der Luft diese Förder platt gemacht hast. Ja gut dabei. Wo ist denn unsere Gruppe? Was waren die denn da hinten? Ich hab die eben alle überholt. Geh vor und denken die kommen so mit weißt du. Ich war ja auch die ganze Zeit mit dir vorne. Genshi ist glaube ich irgendwo da bei uns. Genshi. Helfer, Tracer hinter mir. Das würd ich grad wiederhören als wenn wir zu zweit spielen. Ja. Sowas von hart. Ulti is ready. Ich... allem was ich hab jetzt rein. Meines auch ready. Ulti bereit. Wir können loslegen. Bestes wenn ich die vorher auf mich ziehe. Doppelkill. Das war's mir wert. Wieso haben wir jetzt noch ne Mercy? Neh ich gleich was anderes. Mal sehen wir auf mich. 확st nicht los. Du schlaßest mal einen. Zwei der Heiliger. Alter. Gelnackten. Alter Verwalter. Dieser TS regt nicht auf. Ja. Hört ihr jetzt mal so gesagt haben. Oh nein, oh nein. Wir wollen was zum pushen. Wir wollen was zum pushen. Wir wollen was zum pushen. Nein! Au. Jetzt wird's massiv. Das ist. Au. Ja. Silber, Gold, Gold, Silber. Ja, fast 4000 XP noch. Ja, erstmal. Achja. Entschuldige die Ausfälle. Arm Arsch. Nicht an. Raustappen. Was ist denn da los? Er tappt mich. Äh, schickst du mir die Daten? Hab ich gerade. Äh, wo denn? Bettel, 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 Bettel. Nett. Bettel. Disconnected. Ähm. User left your channel. Channel switched. So. Tada. Besser. Da arbeitet kein Schwall. Ah, ja. So ein leichtes, ja. Eins mach ich jetzt dann noch. Okay. Ja. Ja, ich muss dann auch mal. Ja. Unmöglich. Ach. Du, du kennst schon aus mit Telekom und so, ne? Arbeitst du ja da. Ja, ein bisschen. Morgen. Ich hab so eine Mail bekommen, dass morgen meine Leitung umgebaut oder ausgebaut wird, für 30 Minuten das Internet weg ist. Weil dann die Verbindung besser sein soll. Bedeutet das, dass dann einfach nur weniger Disconnects da sind? Oder bauen die eigentlich mal meine Leitung aus, damit ich die volle Geschwindigkeit bekomme? Weißt du was? Die machen dann sowas, das heißt HK-Schneider, die machen dann eine neue, ein neues Stückchen Kabel legen die rein, was größer vom Durchmesser ist und du dann eine bessere Leitungsdämpfung hast. Das heißt, es kann sein, dass sie, dass du auch ein bisschen mehr dann raus bekommst. Okay, weil ich habe ja eine 50K-Leitung, kriege aber nur 25. Und bei Upload auch noch die Hälfte. Kann sein, dass jetzt deshalb es dann schon zu 30, 40K dann werden oder dann auch schon zu der 50. Ja. Ja, der Upload ist mir halt wichtig. Das wäre schon cool, wenn ich meine 10 Inbit bekomme, anstatt nur 5. Obwohl ich nur 4,2 rausbekomme. Ja, weil hier war ja schon dreimal ein Techniker, weil die Leitung hier irgendwie doof ist. Und dauernd ausfällt, wenn man so komische Sachen. Er sagt, du sollst es changen. Wut? Ah, die Frikadelle ist nämlich auch schon wieder. Ist ich Krampi Plutz oder was? Krampi Plutz? Irgendwo. Krampi Plutz. Krampi Plutz. Ja, das ist eine Krankheit. Ach, du hast ja Tank. Dann... Wetten, wenn ich jetzt Widowmaker nehme, geht es wieder schief? Oder irgendeine Konterscheiße wieder. Oh mein Gott, Narrowing. Ich bin ein Dreißkater, der denkt, der kann jetzt hier einen auf 4 Hose machen. Ich bin die Widowmaker. Ja. Schade, ob du sie jetzt so gut spielen kannst. Ich sag ja nö. Ich kann sie ja eigentlich gut spielen, aber das... Wie gesagt, ich hab halt mit den Gegnerkomen immer Pech irgendwie. Das heißt, da ist jetzt auch eine Widowmaker, die mich halt weg macht. Ich bin da hoch. Diese Brücke. Ich bin einfach zurück. Ich komm später nach, wenn ich wieder meinen... Nein. Was mich wundert, von dem ist kaum einer da unten. Ey, das war aber ein Treffer hier. Ich komm gleich zu dir hoch. Kann ich immer abwischen. Haha, Healer. Headshot. Pharah. Kein Headshot. Headshot. Ja, von wegen. Ja, jetzt guckste. Da kommt der alte CS 1.6 Spiel aus mir raus. Aua. Ein bisschen Damage. Schon die ganze Zeit in Damage. Ja, ich bin gleich tot. Ich bin mal runter. Wegen. Wegen. Erste Hilfe. Halt grad irgendwas. Das hier. Also, ich finde das sehr cool und so, ne. Dass ich jetzt mal was treff mit der und ein bisschen zocken kann. Aber ich fände es noch cooler, wenn die mal pushen ist. V baseline ist, dass ich nicht fliegt und dann die auch in der Maschine stehe. Wann ich siehst? Oh, da ist man so? Wenn man sie jetzt raus und so macht. Ich komm dann mal weiter. Ja, dann muss ich dann noch mal ein bisschen aufpassen. Meinst du was? Ich hab dann auch ein bisschen? Okay. Oh, so. Ich hab dann auch getransfer. Ich hab dann auch nicht raus. Jetzt bin ich das. Ich hab dann aber schon gut. So, wie ist das, wie ihr ihr es? Das ist. Strafbar! Vorsicht Gegenverkehr! Ich mal wieder. Punkt einnehmen und so. Mein Bibi. Auf dem Ziel steht mein Name drauf. Nein! Das hab ich nicht gemacht. Voll gut. Ich hab A voll gut im Blick. Feuerschutz geben. Erstmal Wallhack wieder anmachen. Ich kann hier hoch oder mein Seil ist zu kurz, dann bleib ich halt ohne stehen. Auch irgendwie meine Ulti reinzuwerfen. Schade. 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 Geht an meiner Position in Stellung. Los? Hab dich im Blick. Das haben wir jetzt gleich eingenommen. Ja. Ich zieh in die Mitte. Übrigens. Falls jemand hinterher wird, versuchen in die Mitte zu ziehen. Oh nein. Was springen die denn so rum? Scheiß Symmetra. Keinmal vorbeigeschossen. Ja gewonnen. Ja ne eins geht dann noch. Das ging jetzt schnell. End schon so gut läuft. Ja. Ja. Ich glaub mit dem habe ich schon mal gespielt. Wir haben kaum bekannt vor und hätte auch Ferrer gespielt, damals. Boah, daneben. Daneben! Ja ok. Der, der, der move war gut. Frickadelle. Frickadelle, den haben wir allein schon. Goldmedaillen abgestaubt, was geht? Sie betreten jetzt den Ura. Machen Sie sich bereit zum Angriff. Es ist eine Spyro und er nimmt genau die Mercy. Wäre so eine Symmetra cool oder ein Georgian oder... Ja, wobei Torbjörn im Angriff kann man spielen, aber ist halt zu stationär. Ich hoffe, ich denke, es ist ja lustiger. Aber Symmetra ist gut. Play nice, play fairer. Haben wir den Skinner Wings hier geholt. Das ist ein epischer Skin. Fand ich ganz cool. Anubis. Hab ich ja in Dunkel. In Bettdunkel. Nicht mit hier so mit so diesen hellen Ornamenten noch. Gut, Rotog. Ich sehe ja, dass die Ferne eine Rakete links am Arm hat. Aber die benutzen wir ja nie. Ich. Ne, das ist die E. Ach ja. Das kann sein. Jawohl, der hat den Green Arcade ins Gesicht geschossen. Das ist auch gleich rüber zu fliegen. Wenn wir vorne sind. Da ist zusammen rüber. Links in der Ecke steht was. Achtung. Das ist nämlich ein Bastion. Ganz schlauer. Oh. Guter Schuss. Danke, du hast mir das Leben gerettet. Ja. Kein Problem. Ich habe schon gesehen, dass ich sterbe. Kann noch nicht fliegen. Ich habe eine Pharah auf dem Spot. Echt jetzt? Was macht ihr denn da? Glocke behüten oder was? Glocke. Hallo Aqua. Hallo Aqua. Hallo Aqua. Ja, push in. Ich muss warten. Geh von oben rein. Ja, ich fliege auch da lang. Ich fahre ja drüber. Der Ulti ist bereit. Oh mein Gott. Scheiße. Para. Oh mein Gott. So mein Ulti ist bereit. Ich rotz jetzt alle weg. Ich hab so kleines Problem. Ich bin auf der falschen Seite. Ihr seid alle nicht da. Wenn du dich versteckst, ich bin gleich da. Ja, toll, best schon wieder, schießt eine Sekunde auf mich, ich bin weg, scheiß Motto, das ist so lächerlich einfach nur, aber Nerf McCree, alles klar, McCree zu stark, ja, wir haben zwei Besten, ja, bringt nix, wir sind jetzt trotzdem verreckt, und wir haben trotzdem ihren Punkt verloren, super schlau mit ihren zwei Bastions, jetzt wieder von der linken Seite, da ist einer nur mitgenommen, ich bin gerade voll aufs Spot, ja, ich komme nach, ich bin tot, ja, McCree killt mich, kriegt zwei Raketen von mir ins Gesicht, aber der Revolver gewinnt natürlich, ja, und hat von seiner Rechtsklicksalbe die Hälfte vorbeigeschaffen, ganz schön lucky headshot hier von mir. Wir haben gecheckt, dass ich jetzt immer von links komme, oh, nein, ist, nein, der Hanzo. Ich, das ist für mich unbegreiflich, wenn da drei, vier Leute von den links sind, sich mit mir beschäftigen, warum ist dann in der Mitte keiner der pusht von den anderen, was machen die denn, was macht denn der Reaper und der Hanzo, ja, Hanzo kämpft wahrscheinlich, Video Maker auch dran, bleibt ja nur noch wir zum pushen, ich glaube, ich gehe wieder durch die Mitte, allerdings, würde ich jetzt gerade da abdenken, dass da zu ist, ja. So, Farah ist schon mal da unten von denen, weil die schön auf die Seite fixiert war. Ja, das Geschütz vom Zwerg hat mich runtergeholfen. Das passiert mir nicht nochmal. Vor mir kann sich niemand verstehen. Nachschütze, freundliches Geschütz voraus. Der Besschen steht rechts im Eingang drin. Schütztürm. Die Stunde hat geschlagen. Das ist eure gerechtne Schwach薩. Durchschritt ihr so. Das ist eure gerechte Schrauben! Mach's nicht alleine fort. RAPTORA-SYSTEME HOCHGEPAHREN! Ja, genau. Ich komm durch die Tür und werde direkt weggerutscht fallen. Das Zwergengeschütz! Das muss genervt werden. Wenn wir schon beim Nerven sind. Ja, dann hab ich die Gegenwehr geleistet. Heben wir mal hin. So nice. Genau. So ein Reaper. Der hat wahrscheinlich ein Ulti gemacht und das war dann das Highlight. Das ist einfach mal alles. Oh shit. Das hab ich noch. Na ja. Gerade so. Der Move des Abends. Hauptsache Spyro. Aber ich werde dich jetzt verlassen. Ja. Das war schön. Gute Nacht. Gute Nacht. Bis demnächst. Bis dann. Fühlen. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht.